Herrlich. Freuen Sie sich genauso auf die bevorstehende Frühjahrs- und Sommerzeit. Ist ein Traum, oder? Endlich wieder in den Garten zu dürfen. Brasenmähen jetzt zu den schönen Aufgaben gehört. Das ist jetzt an dieser Stelle mal so eine persönliche Sache. Aber das Grillen, Sonnen, entspannt liegen, sich mit Freunden treffen, genau das Richtige für den Sommer ist, ich glaube, darüber lässt sich nicht streiten. Aber ein Problem, das jeder kennt, der tagtäglich seine eigene Terrasse besucht, ist, dass man nicht mal hört, ob es vorne geklingelt hat. Ob denn da die Gäste vor der Tür stehen oder vielleicht der Postbote. Und Andreas, ich glaube, auch jeder kennt die Situation. Dann denkt man, das Paket muss endlich ankommen, der Postbote klingelt. Und nein, man hat ihn nicht gehört. Und kann dann zur Poststelle fahren, um das Ganze abzuholen. Und denkt sich, ich war doch zu Hause, das ist doch ein Scherz, oder? Ja, Vivian, ich habe die Lösung nicht nur für dich, beziehungsweise für unser Problem, über das du gesprochen hast, sondern, liebe Zuschauer, auch für Sie zu Hause. Schauen Sie mal, was wir jetzt machen. Vivian, ich gebe dir mal unsere Klingel hier. Gucken Sie mal. Das ist ganz normale Klingel. Kennen Sie von zu Hause auch, ne? So, schauen Sie mal hier. Klingel, ne? Vivian, du nimmst die. So, schauen Sie mal, liebe Zuschauer. Ich hole mir jetzt einfach hier mal eine kleine Stromstickdose. Dann nehme ich hier so ein kleines weißes Kästchen. Gucken Sie sich das mal an. Sieht ganz unscheinbar aus, aber hat es in sich. So, Strom, das ist ja, kennt man ja, Klingel, Strom, normal. So, jetzt gucken wir einfach mal. Ist an, ist an. Vivian, klingel doch mal. Ist das was? Das ist was. Das ist was. Liebe Zuschauer, das hier ist eine Funk-Klingel. Und Sie sehen schon, wie einfach die funktioniert. Vivian hat für die Bedienung, ja, der Klingel, Ansicht der Klingel, der Klingeleinheit, kein Kabel, keine Batterie, keine Strom, nichts in der Hand, was irgendwie nach Stromquelle aussieht. Und das Coole daran ist einfach, die ganze Klingeleinheit arbeitet hier eben mit kinetischer, so heißt das Wort, kinetischer Energie. Das bedeutet, durch die Bewegung, die während des Klingelns ausgeführt wird, durch diesen Druck, wird so viel Energie erzeugt, dass eben Strom das Signal weitergeben kann an die Klingeleinheit. Und Sie sehen in unserem Set, was wir Ihnen vorstellen, bekommen Sie nicht nur die Türklingel, sondern eben auch zwei Empfänger. Und hier sehen Sie beispielsweise, wie die installiert werden. Ganz einfach dann an eine Steckdose klippen und Sie haben auch ganz tolle Einstellungen. Beispielsweise 58 Töne, Vivian, du kannst 58 verschiedene Klingeltöne einstellen. Also im Grunde fast eineinhalb Monate lang jeden Tag ein neuer Klingelton. Das klingt ja super, Andreas, aber jetzt habe ich eine Frage, warum soll das mir denn helfen bei meinem Problem mit der Sommer- und der Gartenzeit? Kann ich das da verwenden? Natürlich, du kannst, egal wo du bist, beispielsweise auf der Terrasse, im Keller, im Gartenhäuschen, überall dort, kannst du natürlich deine Empfängereinheit mitnehmen. Und wenn jemand bei dir an der Tür klingelt, hörst du das natürlich wunderbar. Und das Schöne aus, Sie haben es gesehen zu Hause, wir haben hier eben auch, Vivian, klingeln doch nochmal, wir haben hier eben auch ein Lichtsignal. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel höreingeschränkt sind, eine Tonne Sache, dann kann man natürlich auch hier einfach durch das schöne, helle Lichtsignal erkennen, Mensch, da klingelt es an der Tür. Auch ganz praktisch, wenn Sie beispielsweise nicht möchten, dass die Klingel klingelt, wenn Sie Kinder haben, die schlafen Enkel, die schlafen, das Baby vom Nachbar soll nicht geweckt werden, dann kann man nachts eben auch den Klingelton ausschalten und man sieht es hier per Signal. Oder wie Sie das hier sehen, wenn Sie beispielsweise handwerklich beschäftigt sind, auch in der Garage, Sie machen irgendwas Lautes, Sie sind draußen hier am Holzspalter, dann einfach hier aufs Lichtsignal achten und schon wissen Sie, wenn jemand an der Tür steht. Und manchmal kann das, du hast es schon angedeutet, wie wir in der Postbote sein, dann kommt eine ganz wichtige Lieferung, die will man nicht verpassen. So sieht es aus. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Andreas, das heißt, ich habe jetzt hier ein ganz, ganz tolles System. Ich habe zwei Empfängereinheiten, die ich überall, wo ich eine Steckdose habe, anbringen kann. Und dann hier diesen kinetischen Türklingelschalter, der keine Stromversorgung braucht, nichts. Der wird jetzt zu vorne einfach angebracht, unabhängig von allem, das schaffe selbst ich. Muss nicht mal mehr Batterien wechseln, kann also wirklich nichts verpassen. Und dann kann ich jetzt hier drunter schreiben, bin im Garten, bitte hier klingeln. Und dann wissen meine Gäste oder der Postbote, wenn auf der ganz normalen Klingel nichts passiert, drücke ich nochmal hier und sie werden entweder akustisch oder auch durch das blaue Licht visuell, quasi darauf aufmerksam gemacht, dass da jemand vor der Tür steht. Oder beides kombiniert, aber wie du auch schön gesagt hast, ich kann jetzt auch die Akustik ausschalten und sagen, ich nehme zum Beispiel nur das blaue Licht. Da erinnere ich mich, mein Vater hat damals immer auf Schicht gearbeitet, Nachtschicht. Und da mussten immer alle ganz, ganz leise sein, dass der bloß nicht geweckt wird, wenn er morgens schläft. Da würde sich sowas ja auch anbieten. Das ist total praktisch, auch dieses Anwendungsbeispiel ganz toll. Und liebe Zuschauer, ich kann Ihnen mal zeigen, wie die Einstellungen vorgenommen werden. Das ist im Grunde ganz einfach hier an der Seite. Wo ist es denn? Ah, ganz genau. Und im Grunde ist es so, Sie gehen so vor, dass Sie den Klingelton ganz ausschalten können. Sie können die Beleuchtung ein- und ausschalten. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie sagen, die Lautstärke passt mir nicht. Etwas lauter, etwas leiser. Und das stellen Sie im Grunde ganz einfach ein. Das ist ja wirklich klasse. Liebe Zuschauer, vor allem ist auch der Preis klasse 25,56 Euro. Das ist Ihr Spitzentv-Sonderpreis. Und die Bestellnummer lautet hier PX3395 und die 569. Wie gesagt, einen Türklingel-Empfänger können Sie gerne mit in den Außenbereich nehmen. Oder auch hier, oh, tolles Beispiel, Staubsaugen. Wenn ich Staubsauge, höre ich auch nie, ob es klingelt oder nicht. Da ist das natürlich auch eine schöne Sache. Vor allem aber auch, kann ich mir das ganz gut vorstellen, für Menschen, die vielleicht auch Hilfe benötigen. Wo man dann einfach sagt, aufgrund dieser kabellosen Freiheit des kinetischen Schalters und der beiden Empfänger, könnte man zum Beispiel auch pflegebedürftigen Menschen damit sehr helfen, oder? Das ist eine tolle Hilfe, wenn man gerade nichts anderes hat, absolut. Du hast natürlich dann den Empfänger, den du dort, wo die Person sich eben aufhält, installierst. Und hast dann eben die Gegenklingel. Und das Ganze funktioniert ja tatsächlich im Grunde ganz einfach. Du klingelst hier einmal und dann geht deine Klingel schon los. Und ganz klasse ist natürlich, ich habe es hier gezeigt, du hast hier die Einstellungsmöglichkeiten. Wo du dir dann den Klingelton aussuchst. Und das alle natürlich. Ja, und davon gibt es noch ganz, ganz viele andere. Sie finden ihren Lieblingstierklingelton. 25,56 Euro unter der Bestellnummer PX3395 und der 569. Wir haben aber noch ein weiteres Produkt an dieser Stelle für Sie. Und wir bleiben gleich, würde ich sagen, mal beim Thema, wenn man einfach nicht mehr so agil ist, wie man das vielleicht vor geraumer Zeit mal war. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das für Sie zu Hause vielleicht eine tolle Hilfe sein wird. Denn wir haben hier eine Funktürsprechanlage, die Ihnen ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Andreas, zum einen unter dem Sicherheitsaspekt. Ja. Zum anderen aber auch, um eine Selbstständigkeit bis ins ganz, ganz hohe Alter hin immer noch zu wahren und zum Beispiel alleine leben zu können. Ganz genau. Und wir haben hier, du zeigst es schon gerade schön, eben auch unsere klassische Klingel. Und wir haben die Empfängereinheit. Und hier ist eben toll an unserer Einheit, wenn ich die jetzt mal hier so rausnehmen darf. Hier unten wird die eingeschaltet. So. Ah, geht auch ganz schnell. Und dann haben wir es schon. Und Vivian, jetzt nutzt doch mal hier die Klingel. Die Klingel, die ist ja so, dass Sie die installieren können, wo immer Sie wollen. Genau, klingel doch mal. Ich nehme die mal mit. Moment. So, die würde ja jetzt quasi hier so. Die kannst du. Ich gehe mal zurück. Zum Beispiel. Würde hier jetzt so zum Beispiel an meinem Haus hängen und dann würde ich jetzt einfach klingeln. Okay? Ja. Ja. Und hier geht es los. Da steht die Vivian an der Tür. Liebe Zuschauer, Sie sehen das wunderbar. Und jetzt ist die Frage, wollen wir sie reinlassen? Jetzt wird das hier bestätigt. Ganz einfach hier, höre auf. Dann öffnet sich eben auch die Tür und hier eben ablehnen. Nein, Vivian, heute keinen Zutritt. Nein, wollen wir nicht. Geht nicht. Keine Zeit. Ist natürlich ganz praktisch, liebe Zuschauer. Wenn Sie beispielsweise sagen, Mensch, ich bin gerade im Bad oder ich bin gerade anderweitig beschäftigt. Ich muss noch ausschlafen. Ich liege im Bett, bin krank. Dann habe ich halt hier auch die schöne Möglichkeit, dass ich sagen kann, Mensch, du komm später nochmal, weil meine Klingel, mein Empfängerteil hat halt die Möglichkeit, ich habe hier eine Gegensprechfunktion. Und ich kann mich mit der Person, mit dem Besuch, der an der Türe steht, mit dem Postboten, mit dem Kaminkehrer unterhalten und kann sagen, sorry, aber gerade passt es halt eben nicht. Und dann kann man sich eben verabreden, einen anderen Termin ausmachen, wie auch immer. Und das ist eben mit diesem System unfassbar einfach, weil wir eben auch mit der Klingeleinheit auch komplett frei beweglich sind. Wir können die installieren, wo wir es für richtig halten und können dann dieses mobile Teil, Sie sehen das schon, eben auch mit raus in den Garten nehmen. Und wir wollen mal fragen, Vivian, wie sieht es aus? Wollen wir nochmal? Ja, ich darf ja nicht rein. Ja, aber wir können es ja nochmal probieren. Vielleicht ist die Laune gestiegen. Ja, ich würde sagen, das machen wir gleich, liebe Zuschauer, wenn wir aus diesem kleinen kurzen Video nochmal zurückkommen. Und hier sehen Sie das auch nochmal, wie schön das schnell angebracht wird. Selbstverständlich können Sie hier unten jederzeit Ihren Nachnamen natürlich auch beschriften. Und ja, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Vielleicht darf ich jetzt reinkommen. Wir werden es jetzt sehen. Und Sie sehen es, wir haben hier eine ganz tolle Bildqualität. Das heißt also auch, man sieht richtig toll, wer da ist. Wir haben hier einen großzügigen Erfassungswinkel des Objektivs. So, dann schauen wir mal. Hallo Vivian. Hallo Andreas, darf ich rein? Ja, natürlich. Dann komm doch rein. Also, Sie, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Die Gegensprechfunktion eben auch. Ganz glasklare Stimmqualität. Das heißt, man versteht eben auch gut, wer da an der Tür ist. Und die Einsatzzwecke, die sind natürlich verschieden. Wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte meine Türsprechanlage als Haussprechanlage verwenden, geht das natürlich auch. Durch das, dass eben die Klingeleinheit extrem flexibel ist, ist eben auch möglich, dass Sie die einfach mal ins erste Geschoss hochgeben. Und dort einer sich da befindlichen Person, die beispielsweise auch mitglägerig ist, einfach mal hier die Möglichkeit des Kontakts geben. Ich finde das vor allem sehr, sehr schön, weil ich weiß, dass viele einfach auch sagen, ich habe Angst. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinen heimischen vier Wänden. Man hört da ja auch immer von ganz, ganz vielen Betrügern. Zum Beispiel ist es erst selbst im Bekanntenkreis passiert, dass zum Beispiel junge Herren vor der Haustür standen. Die hatten auch so eine Uniform an, beziehungsweise hatten so ein Outfit an von einer bestimmten Firma und haben dann gesagt, Mensch, wir müssen mal vorbeikommen, was am Fernsehgerät nachschauen. Ja, und wir sind ja alle gutgläubig, sagen dann, ja klar, kein Problem. Und dann sind das aber eigentlich Langfinger und Betrüger, die einfach nur in ihre Wohnung wollen. Wenn da jetzt der starke Werte her zu Hause ist, ist das alles ja kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel an mich, an meine körperlichen Fähigkeiten oder an die von anderen Frauen denke, dann weiß ich einfach, dass so eine Situation nicht nur unfassbar beängstigend ist, sondern vor allem im schlimmsten Fall halt auch böse ausgehen kann. Und da kann ich hier natürlich vorsorgen, indem ich sage, ich schaue mir einfach erst mal an, wer vor der Tür steht. Kann selbst entscheiden, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Kann vielleicht auch mal nachfragen, was wollen Sie denn da vor mir? Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Und vor allem ist sowas natürlich auch was ganz, ganz Feines, wenn es zum Beispiel Kinder oder Enkelchen im Haushalt sind. Da sagt man ja auch unter keinen Umständen bitte die Haustüre öffnen. Ja, aber vielleicht steht da jetzt wirklich gerade mal die Tante, die einfach nur was Leckeres zu essen vorbeibringen möchte, Andreas. Da kann man hier mal einen Blick drauf werfen und dann auch sagen, gut, es ist wirklich die Tante. Dann darf ich auch mal aufmachen. Eben, das ist, du hast hier, wie du schon angesprochen hast, natürlich einen enormen Sicherheitsfaktor. Wenn Sie sich jetzt an Ihre Türe schauen und sehen da die Klingeleinheit und Sie müssen halt jedes Mal, wenn es klingelt, zuerst die Tür aufmachen. Das ist ein Risiko, das wissen Sie auch. Und deshalb ist es halt tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat zu sehen, wer da gegenüber steht an der Tür. Manchmal ist es ja auch so, man hat eine Wohnungstür, die eben nicht mal über einen Spion verfügt. Dann muss man die Tür öffnen und mit unserer Klingel hier, vielleicht mit Ihrer Klingel hier bald, ist es natürlich schön möglich. Und Sie wissen ja, der Preis, den wir hier anbieten, der ist sensationell. Und für dieses Geld kann man natürlich auch gerne mal in diesen Punkt Sicherheit investieren. Definitiv. Wir liegen hier bei 161,41 Euro, Versandkosten frei. Und das unter der Bestellnummer NX 4396 unter 569. Wir schauen uns noch kurz an, was die Presse dazu sagt, denn auch die ist voll des Lobes und sagt, gut, mit dem Fazit, die Installation ist äußerst einfach. Definitiv. Und dank des Batteriebetriebes ist keine Verkabelung nötig. Finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, dass man das schnell und einfach in Betrieb nehmen kann. Andreas, jetzt habe ich aber noch einen weiteren Punkt. Und wenn ich zum Beispiel an meine Oma denke, meine Oma, die ist ein Goldstück. Die wehrt sich auch vehement zum Beispiel davor, irgendwen in ihre Wohnung zu lassen, geschweige denn in eine öffentliche Einrichtung zu gehen für Senioren oder ähnliche. Meine Oma hat aber einfach mit dem Alter Probleme mit den Knien bekommen, mit dem Rücken, mit der Hüfte. Und wenn es an der Tür klingelt, braucht meine Oma eine gewisse Zeit, um erstmal vom Sofa aufzustehen und sich zu stabilisieren, um dann natürlich erst die Tür zu öffnen. Auch da ist sowas natürlich was Schönes, weil man einfach sagen kann, ich kann auch mit meinem Gegenüber kommunizieren und dann sagen, Mensch, ich brauche eine Sekunde, bitte laufen Sie nicht weg. Weil Postboten arbeiten ja bekanntlich auf Zeit, oder? Ganz genau. Du hast da die Möglichkeit, eben schön durch die Gegensprechfunktion, dass du, wie wir das vorher kurz erwähnt hatten, auch in Kontakt treten kannst und kannst sagen, einen Moment bitte, wer auch immer da steht. Es dauert einen kurzen Moment, ich muss schnell aufstehen und komme dann zur Tür, dauert eine Minute. Das ist halt eine tolle Sache, gerade eben auch, wie du gesagt hast, wenn irgendjemand kommt, der es eilig hat, die Post will was abgeben, so kannst du das Paket auf jeden Fall annehmen. Und der, der an der Tür steht, der wartet einfach den kurzen Moment und hat die Sicherheit, Mensch, ist tatsächlich jemand zu Hause? Dauert noch ein bisschen. Das finde ich wirklich sehr, sehr klasse. Und natürlich auch hier in der Gartenzeit was ganz Hervorragendes, um natürlich auch im Garten oder beim Sonnen oder auch beim Grillen immer mitzubekommen, ob der Besuch denn schon vor der Haustür steht und geklingelt hat oder eben nicht. Nochmal die Bestellnummer, die lautet hier NX 4396 und die 569 für eine Funktür-Sprechanlage, die super sicher ist, dank der Überwachungsoption, die Ihnen eine Kommunikationsmöglichkeit bietet mit der Person, die vor der Haustür steht. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl und schafft Ihnen zum Beispiel auch Zeit, wenn Sie nicht mehr so agil oder mobil sind, schnell aufzustehen. Und das Ganze ist natürlich auch super einfach und schnell anzubringen, was ich auch immer ganz wichtig finde und dadurch auch hervorragend. Also da müssen Sie jetzt wirklich zugreifen. Versandkostenfrei kommt das Ganze dann zu Ihnen. Finde ich klasse. Du hast hier, du hast es angesprochen, Vivian und liebe Zuschauer, du hast hier im Grunde keine Kabel. Du brauchst keine Löcher bohren. Das funktioniert im Grunde ganz, ganz einfach. Du kannst selbst die Klingeleinheit beispielsweise mit einem starken doppelseitigen Klebeband befestigen. Das heißt also auch dahin, es entstehen keine Mehrkosten, kein Mehraufwand. Funktioniert ganz, ganz einfach. Und hier die Basisstation, da ist ein Akku drin, der wird einfach regelmäßig aufgeladen. Wenn Sie die Basisstation sowieso gerade nicht benötigen, dann steht das Mobilteil nicht benötigen, steht das ja sowieso in der Basisstation. Das heißt also auch da alles ohne Kabel und wunderbar einfach. Gehen Sie hier in die Leitung und rufen Sie an unter der Bestellnummer NX 4396 und der 569 jetzt zum TV-Sonderpreis zu bekommen für 161,41 Euro. Aber wir hören gerade von der lieben Regie, dass die Nachfrage auch nach unserer batterielosen Funktürklingel im Set sehr, sehr groß ist. Und deshalb werden wir diese jetzt auch gleich noch einmal kurz für Sie einblenden. Es sind aber auch tolle Alltagshelfer. Gerade jetzt für die Sommerzeit, wie prädestiniert, greifen Sie dazu bei dem ersten System für 25,56 Euro unter der Bestellnummer PX 3395 und der 569. Ja, tolle, tolle Möglichkeit, wenn man sich unabhängig machen will von seiner statischen Klingel zu Hause, wenn man sagen will, Mensch, ich möchte überall erreichbar sein zu Hause im Keller, im Garten. Dann ganz einfach hier unsere Funkklingel anbringen ohne Kabel, ohne Bohren, ohne Batterie. Und dann gibt es eben tatsächlich hier zwei Gegenstücke kommen nach Hause, finde ich auch ganz klasse. Nicht nur eins, sondern zwei Empfänger kommen nach Hause und das heißt, ich kann tatsächlich eins im Haustür fest installieren und eines nehme ich eben dahin mit, wo ich mich gerade befinde. Ich habe Lichtsignal und Tonsignal, also alles abgedeckt. Also ich finde das klasse, liebe Zuschauer, gerade für den Garten- und Außenbereich, aber auch als kleiner Gag zum Beispiel für die Garage, dass man klingelt, wenn das Essen fertig ist oder wenn der Grill angeworfen ist. Also da können Sie rumexperimentieren und machen, wie Sie möchten. Wir haben aber natürlich auch hier das ganz große System für 161,91 Euro, wo ich Ihnen wirklich auch nur wärmstens zu raten kann. Ja, unsere Funktür-Sprechanlage besteht eben aus zwei Komponenten. Wir haben die Türklingel an sich mit Kamera, die installiert ist, die eben denjenigen, der an der Tür steht, gleichzeitig auch filmt. Wir haben hier das Gegenstück mit Basisstation, wo man eben sieht, wo Sie erkennen, wer steht an der Tür. Wir können mit dieser Person auch kommunizieren und wir können von dieser Person, wenn es gewünscht ist, sogar ein Foto anfertigen. Also auch hier Sicherheit, ganz groß geschrieben und natürlich auch ganz bequem, wenn wir beispielsweise gerade verhindert sind, sind im Bad, sind auf Toilette, das kann ja durchaus sein. Oder wir sind einfach gehbehindert, wir können einfach nicht so schnell. Dann ist es eine tolle Sache, dass man einfach dem Gegenüber an der Tür sagen kann, du, es dauert eine Minute, warte ganz kurz. Ihre Bestellnummer lautet hier NX 4396 und die 569. Und Sie sollten ganz bestimmt nicht jetzt warten, denn Sie sollten jetzt anrufen, um sich den TV-Sonderpreis zu sichern, damit die fantastischen Sets binnen zwei bis drei Werktage schon bei Ihnen zu Hause sind und dann mühelos wirklich angebracht werden können. Und dann haben Sie immer die Sicherheit, dass Sie wissen, wer vor der Haustür steht, dass Sie auch im Garten mitbekommen, wenn es vorne an der Haustür klingelt, dass Sie auch bei einer Nachtschicht entspannt schlafen können oder den Herren schlafen lassen können, weil Sie hier verschiedene Anwendungsmöglichkeiten haben und das, wie gesagt, alles zu einem spitzen Preis. In diesem Sinne darf der Sommer und das Frühjahr auch kommen, denn Sie rüsten sich hiermit richtig ordentlich und auch die Postboten haben kein Problem mehr damit, wenn Sie wissen, dass Sie zu Hause sind, eine Sekunde oder zwei zu warten. In diesem Sinne, alles richtig gemacht und viel Spaß!